Ich probiere den schlechtesten Bubble Tea in meiner Stadt. Ja, ihr habt richtig gehört, den schlechtesten. Der Laden hat im Internet nur zwei Sterne. Eine Person hat einen Stern gegeben und die andere Person hat drei Sterne gegeben. Eine Frau namens Karen hat nicht so einen netten Kommentar geschrieben. Sie hat geschrieben, der Platz ist nicht für Jugendliche geeignet. Was soll das bitte heißen? Ich glaube auf jeden Fall Bubble Tea, ich war richtig. Laden war eigentlich voll süß, als so ein kleiner Laden. Frag mich, warum der so bewertet wurde. Es kommt ja auf den Geschmack an, ich bin sehr gespannt. Wurde mir gesagt, dass man nicht an der Kasse bestellt, sondern an so einem Automaten. Ich fand das irgendwie voll krass. Übrigens die Person, die heute erratet, wie viel ich für alle drei Bubble Tees gezahlt habe, der Folge wieder zurück. Das letzte Mal hat sie liebe Emma geschafft. Auf Instagram könnt ihr die Lösung sehen, wie viel alles gekostet hat und ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt.